Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja Leute, das ist mal ein Video, da habe ich ein sehr, sehr mulmiges Gefühl dabei. Ich wusste nicht ganz, soll ich dazu ein Video machen. Soll ich eher keins machen. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, eins zu machen. Aber bevor wir zum heutigen Thema kommen, möchte ich natürlich nochmal sagen, gestern gab es auch nochmal ein krasses Video, auch, ja, wir wollten, dass Martin Mendel ins TOTW reinkommt. Oh, ich glaube, wir haben sogar noch ein paar Packs geöffnet. Ja, nur leider kam halt der liebe Martin Mendel nicht ins TOTW. Ja, ich habe bisher noch keine Packs geöffnet, das werde ich morgen machen, denke ich. Ja, ich werde jetzt gleich im Anschluss von diesem Video noch das Video für morgen öffnen. Äh, wahrscheinlich öffnen. Äh, hoch, äh, auch nicht hochladen, sondern aufnehmen. Babbeln hier am Start. Ähm, die Fabinho-Packs wird es morgen 16 Uhr geben im Video. Und wahrscheinlich hier auch ein paar Team of the Week-Packs. Äh, genau. Und erstmal muss ich sagen, ich finde es richtig, richtig schade, dass EA so viel mit SBCs macht. Wirklich, ich, real talk, ich hasse SBCs. Weil immer hat man das Gefühl, wenn man eine SBC abgeschlossen hat, man hat tausende von Spielern da reingetan, die man alle hätte noch brauchen können und verkaufen können. Und was auch immer. Ähm, also wirklich, ich hasse einfach SBCs. Weil man hat immer ein mulmiges Gefühl dabei. Ähm, ja. Sonst SBC-Tutorial habe ich alles schon gespielt. Ähm, aber bevor wir auch hier zum Main-Thema kommen, äh, werde ich hier schnell nochmal genau hier was abrufen können. 20 häufiger Rangpunkte. Sehr schön. Ähm, hier können wir weiter, äh, vorwärts. Genau. Ist halt die Frage, ich werde nämlich auch extra heute das Video für morgen aufnehmen, weil es kann nämlich sein, dass etwas ziemlich, ziemlich Schlechtes passieren wird. Und zwar, Leute. Gestern ist ja hier das Icons-Event rausgekommen. Und ich kann euch direkt sagen, ich werde mir wahrscheinlich einen Innenverteidiger holen. Den 87+, wahrscheinlich Kanavaro. Der sieht ziemlich schmackhaft aus. Ähm, ja. Und ich hab ihn, Leute, rastet jetzt mal bitte nicht komplett aus, aber ich hab ihn wahrscheinlich schon fast drin. Und das auch nur da deswegen, weil gestern Abend von 20 Uhr bis 20.45 Uhr gab es einen richtig, richtig fetten Bug bei EA. Man konnte hier diese Skillspiele, ähm, die man eigentlich nur einmal spielen kann, die jetzt auch einmal abgeschlossen sind, konnte man mehrmals spielen. Mehrmals. Unendlich oft. Es gab keine Begrenzung. Ich habe 170 Energie rausgehauen für diese, ja, Skillspiele. Und ihr könnt hier mal sehen, 28 von 1. 28 von 1. Ich hab 28 Mal konnte ich hier Icons-Punkte abholen. Ja. Bis halt der Wack gefixt wurde. Ist halt ein bisschen Zeit noch verstrichen. Ich konnte wirklich 170 Energie komplett rausballern. Und ich drück jetzt mal auf das Icons-Symbol drauf. 865 Punkte. 865 Punkte. Ich hab mich zuerst mega, mega krank gefreut und dachte mir so, boah, ja, geil. Ich hab die Icons schon alle drin. Und ja, dann hab ich aber ne Nachricht auf Discord gesehen. Und die hat mich echt ein bisschen verblüfft und hat mich zum Nachdenken angeregt. Ähm, wir können ja hier schnell auf Verteidiger gehen. Und zwar stand halt geschrieben auf Englisch. Ich übersetze es euch mal. Ähm, ja. Ich sag euch einfach, ich sag euch einfach in meinen Worten, was da stand. Und zwar, Leute, die dieses Skillspiel häufiger gemacht haben, sehr, die es halt oft gemacht haben, können permanent gebannt werden. Oder sie werden für einen langen Zeitraum gebannt. Noch bin ich hier in FM drin. Ich weiß nicht, wie es morgen aussehen wird oder was auch immer. Ich hoffe jetzt einfach mal. Leute, ich hoffe, dass ich nicht gebannt werde. Wahrscheinlich wäre ich aber gebannt, weil EA kann ja richtig krass auch nachverfolgen, ähm, wer jetzt was gemacht hat. Und da werden die sehen, wow, der hat schon 900 Punkte. Und da können sie auch sehen, wann ich was gespielt hab. Das kann ja EA auch alles nachschauen. Und, ja, das ist schon ziemlich belastend. Ich hab mich noch mega gefreut. Yo, krass. Ich hab ja fast die ganzen drin. Weil hier, ich brauch 1200 für Cannavaro und Chaos Pujol. Da, ähm, ja, hab ich keinen. Cool. Ähm, den möchte ich mir nicht holen. Ich möchte mir halt wirklich eigentlich nur hier den, äh, Cannavaro holen. Weil Schweinsteiger, find ich mal, find ich Realtalk. Ein bisschen zu langsam und lahm kann ich mich jetzt nicht so krass identifizieren. Ich weiß, es ist ein ganz, ganz krasser Spieler. Aber ich hab halt auch schon im RV einen Mykele. Und der hat auch schon 85. Und den kann ich dann nirgendwo mehr rein trainieren. Da hol ich mir lieber einen Cannavaro und kann meinen Süle dann, ähm, in den anderen Abwehrspieler rein trainieren. Genau. Also hol ich mir wahrscheinlich dann Cannavaro ab. Und was muss ich eigentlich machen dafür? Was muss ich eigentlich dafür machen? 85 Gästeam brauch ich mit 83 Plus-Gästspielern mit 8 Stück. Äh, ja. Sollte ich eigentlich hinkriegen. Zwei Italiener und zwei Palma-Spieler. Uff. Na gut, okay. Das kriege ich vielleicht irgendwann noch hin. Ähm, ja. Ja, ich bin jetzt erstmal ein bisschen confused. Ich weiß wirklich nicht so ganz. Es kann wirklich sein, dass ich gebannt werde hier in FIFA Mobile, weil ich halt diesen Bug ausgenutzt hab. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Habt ihr diesen Bug auch ausgenutzt? Ähm, oder eben nicht? Dann, äh, ja. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ihr seht euch, ja genau. Ihr seht dann, äh, morgen wieder ein Video von mir. Morgen 16 Uhr. Packs öffnen. Richtig, richtig krank. Und, ja. Dann würde ich jetzt auch an dieser Stelle erstmal noch sagen, bis zum nächsten Mal. Und Tschüss.